Habe ich jetzt das letztens im Video falsch verstanden oder hattest du gesagt, dass du Cardano verkauft hattest? Falls ja, warum? Ich habe eine kleine Cardano-Position verkauft. Den Großteil der Cardanos halten wir immer noch. Warum haben wir das gemacht? Wir haben einen winzig kleinen Teil verkauft. Ich glaube, das waren 20% unseres Cardanos so ungefähr. Lass mich lügen, das war auf jeden Fall ein kleiner Teil unserer Cardanos. Warum haben wir das gemacht? Wir haben unser Initialinvestment rausgeholt, also unser Initialinvestment bei allen Kryptos. Alles, was wir da rein investiert hatten in Kryptos, haben wir durch diesen kleinen Verkauf rausgeholt schon mal und das Ganze noch verdreifacht. Das war der einzige Grund, warum wir unsere Cardanos, also diesen kleinen Teil der Cardanos verkauft haben. Und viele haben das wohl nicht mitgekriegt, aber wir haben es euch mitgeteilt. Wir haben euch ganz genau gesagt gehabt, dass wir bei 2 Dollar und 25 Cent pro Cardano haben wir diese kleine Position verkauft. Und das ist immer eine unserer Strategien, dass wir in einem Bullrun mindestens so viel verkaufen, dass unser Initialinvestment komplett raus ist. Und das nur mit einem winzig kleinen Teil unserer Kryptos. Und wenn du das im Verhältnis nimmst zu unserem gesamten Investment, alles, was wir in Krypto reingesteckt haben, dann waren das wahrscheinlich vielleicht 4 bis 5 Prozent. Also wenn wir einen ganzen Rucksack voll mit Kryptos haben, das ist unser Investment, dann haben wir ungefähr 5 Prozent davon verkauft und das gesamte Investment rausgeholt und das Ganze noch verdreifacht. Und so geht man mit deinem guten Gefühl hier raus aus dem Markt. Ja, wir hätten wesentlich mehr machen können, wesentlich mehr, aber so sind wir auch nicht traurig. Unsere Kryptos sind nicht weg. All unsere Kryptos, die wir gekauft haben, sind immer noch ein Plus. Daher bereuen wir nichts. Bereuen wir rein gar nichts. Ich habe euch gesagt, man muss sich erklären können, wieso man ganz weit oben nicht ausgestiegen ist. Ich kann es mir ganz so neu erklären. Ihr kennt unsere Strategie. Ist auch komplett aufgegangen. Bist auf eine einzige Kleinigkeit. Und ja, so ist das nun mal. Wir wussten ganz genau, worauf wir uns einlassen. Und traurig sind wir nicht. Wir haben unser Initialinvestment rausgeholt und das Ganze auch noch verdreifacht. Und das ist gut. So fühlt man sich nicht schlecht. Und all das, das ist auch Teil des Coachings. Da habe ich das auch nochmal erklärt, dass man sowas machen muss. Weil egal, wie das verlaufen wird, du gehst als Gewinner raus. Keiner kann ankommen und mir jetzt sagen so, aha, du hast nicht gewonnen. Ich sage, hey, erstens habe ich noch einen Großteil meiner Kryptos. Vielleicht ungefähr 95 Prozent noch davon. Die sind alle noch im Plus. Ich habe mein Initialinvestment rausgeholt und das Ganze noch verdreifacht. Wo ist das Problem? Und das ist die Strategie, die wir halt fangen. Eine sehr sichere Strategie. Wir werden in Zukunft hier und da Kleinigkeiten anpassen. Und gut ist fertig. Man muss daraus lernen. Meiner Meinung nach ist Bitwavo mit die sicherste und günstigste Kryptobörse. Sie ist zudem EU-reguliert, hat eine große Auswahl an stabilen Altcoins und mit unserem Link zahlst du 0 Euro Gebühren für die ersten 1000 Euro, die du tradest. Registriere dich jetzt über unseren Link. Untertitelung des ZDF.